In unserem Sonderforschungsbereich beschäftigen wir uns mit der Entwicklung einer Companion-Technologie. Und das bedeutet, wir haben das Ziel oder die Vision, dass technische Systeme der Zukunft Companion-Systeme sind. Das heißt, technische Systeme, die ihre Funktionalität vollkommen individuell auf den jeweiligen Nutzer ausrichten, sich an seinen Vorlieben orientieren, an seinen Kenntnissen und ihm ihre Funktionalität genauso darbieten, wie er sie in der aktuellen Situation braucht und wie es auch zum Beispiel seinem emotionalen Zustand entspricht, sich also völlig auf ihn zu adaptieren und zu fokussieren.